Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Deep Rock Galactic Wir werden jetzt gleich Verfalle der Hast machen mit doppelter Erfahrung Ja Ne, ich meinst du vielleicht nicht was verdäbern Smash it! Hm! Oh, yeah! Yeah! Oh, Pilschen! Hau rein! Kornholio! alles klar so er ist neu im spiel kennt euch hier noch gar nicht aus nochmal sehen mr gemütlich so was haben wir denn da schönes stufe 1 schütze stufe 2 spähe 24 es geht wir sind schön ausgeglichen ob das schütze schießt uns nicht in ihren rücken wir sehen mal gucken wird schon spaßig werden verfallte hast sammelt 8 eier sammelt 25 holomit das kriegen wir hin ach schön banan huuuuuh die 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 sie die Sooo, müssen wir erst anstorben. Hey! 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 Ja gerne! Der ist Stufe 1, weil der ist direkt ein Gegner. Ok, woher soll er es wissen? Kroppa, sehr schön! Nämlich! Das ist alles, Creature. Stop it. Good, wow. Gut, gut, gut. Das war's. Ich bin voll, wo ist Molli? Molli, komm zu mir, ich komm zu dir Sooo Damit können wir uns schon mal was leisten Wo sind die Jungs dann, da drüben Hat das Ei da drüber geworfen Ah, Scheiße So, hier erscheint der Dienste Hier gehts weiter Ja Ich brauche den Muell hier jetzt Ich brauche den Muell hier Ich muss echt so ein Molli rennen. Sooo... Warte, holen wir mit. Ich habe so eine Plattform. Ich habe so eine Plattform. Ich weiß gar keinen Eindruck. Ich denke wir sind. Ich habe so eine Plattform. Was war das denn? Ist da noch etwas drin? Das sieht noch so heil aus, ne? Hm. Geh mal hier hoch. So, hier war ich. Geh mal hier hoch. Oder auch nicht. Kann doch nicht so schwer sein, jung. Geh mal hier hoch. 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 So Gunner, jetzt kannst du glänzen. Reloading. So, die anderen Eier sind alle in diese Richtung. So. 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 Das war's. 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 Das war's.